Im Werder wird immer abgeseilt und es ist wichtig, dass man sich sicher ist, dass man die Route auch wieder hochkommt. Sonst hängst du ja unten in der Schlucht und kommst nicht mehr hoch. So, wunderbarer Rundumblick hier. Absolute Stille, man hört nur die Werder und ein leichtes Rauschen im Hintergrund. Manchmal hört man auch noch die Adler. Robin, was klettern wir jetzt heute? Deutsche Vita 6A Plus. Ja, genau. Erste Seillänge? 5C Plus. Zu. Einfach keine Dritte hier. Das ist überhaupt nicht gut zum Stehen hier. Mann, Seil. Stand ist da oben und war vollkommen am Arsch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Robin diese einfache 6A Plus klettert. Mit den guten Treppen und den riesigen Griffen. So, dass wir nicht immer am Fels rumbrüllen müssen, haben wir uns geeinigt auf Standkommandos. Bedeutet, ich ziehe jetzt hier 1, 2, 3. Dann weiß der Kletterer unten ein bisschen, dass ich einen Stand habe. Nächstes Schuhe ausziehen. Robin bereitet sich auch vor. Zunächst direkt die Nachstiegssicherung mit dem Zentralkarabiner. Schon vorbereitet wird Restseile aufgezogen. Das mache ich immer so, da ziehe ich einmal, 2x, 3x, 4x, 5x, links rund. Dann gehen wieder 2m Seil zurück, damit er jetzt nicht einsteigt. Dann wird erst die Sicherung hier eingehängt. Das ist der Tür, so ist der Autoblock. Dann machen wir das noch korrekt nach aussen mit der Öffnung. Und dann sieht man hier, das verklemmt sich so. Jetzt bin ich bereit zum sichern. Jetzt spanne ich mal das Seil. Jetzt spanne ich mal das Seil. Nein, gar keine dritte. Und Griffe auch nicht. Nichts. Sehr schwer. Weiter oben wieder größere Griffe. Und dritte gut. Ja. Und was kommt jetzt? Noch mal der 6a. 50 Meter Ausdauerklettern senkrecht. Oh. Und hier ist der nächste nebendran. Ah ja. Wie schwer ist das überhaupt, was ich da mache? 7c. Nee. Nee. Zweite Seillänge. Etwa 50 Meter. Jetzt hier hoch. Gute Tritte. Gute Griffe. Anhaltend steil. Ja. Oben ein bisschen tricky. Da muss man gucken. Schauen wir mal. Du hast mich drin. Ja. Und next one. Haken sehen wir keine. Das ist immer gut ohne ins Blinde herausklettern. Jetzt kommt da wieder. So eine schöne Rissplatte. Hier. Ich sehe noch keinen Haken. Es geht noch nach links. Hier ist gut. Danke schön. Das war's für heute. A little bit. What's the rating? 6A plus. Normally not so hard, but down it's hard. Just enough. No, here it's cool. It's okay. I'm going to take it. 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 Ja, ja, ja. Höy, 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 Höy. Höy, Höy. 1 Das war's. Hier. Komm her. Bitte kurz. Es ist nicht so riesig. Ausstieg. Kommt. Hier ist die Kette. Huiuiui. Aber Gott sei Dank. Nicht mehr allzu schwer. Mit dem Runout. Zentralcarabiner. Ja, eine richtig coole Tour. Aber immer wieder erstaunlich, wie H zu 6H Plus sein könnte. Ich würde das jetzt lockerer als 6B einstufen, weil die anderen 6B, die wir hier geklettert haben, die waren auch nicht schwieriger. Gespannt. Zwei Meter zurück. Einfach hier zum Einfach. Einfach mehr, Entschuldigung. Einfach mehr. Viele 물 mit. Hüt? Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.